Hallo Freunde, willkommen bei TeamKong. Wir zeigen euch in dieser Reihe die einzelnen Level von Super Mario Brothers Wonder, einschließlich aller Wonder Effekte, geheimen Ausgänge und versteckten Bereiche. Heute beginnen wir mit der zweiten Welt, dem Wölkchengebirge und spielen das erste Level, Rutschpartie im Platztertal. Schaut euch das Video in Ruhe an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh! Oh, das ist das Wettbewerb. Hier ist der Sieger. Hier ist der Sieger. Hier ist der Sieger. Der Sieger. Hier ist der Sieger. Hier ist die Sieger. Hier ist der Sieger. Noch mal, noch mal! Noch mal, noch mal! Du schaffst das! 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 Du schaffst das!